Das ist der Newsletter für den Monat Juli der Pensumet-Gruppe. Mein Name ist Michael Mensch von der Pensumet Holding GmbH. In diesem Newsletter möchten wir drei Punkte dieses Mal einführen. Auf der einen Seite, es wird Veränderungen geben hinsichtlich der Lohnabrechnung, die wir nicht mehr versenden werden, sondern sie online abrufen können. Das zweite ist das Energiegeld, das im September kommen wird. Und das dritte ist der Corona-Bonus. Lohnabrechnung. Ein ganz großes Thema. Wir versenden jeden Monat mehrere hunderte Lohnabrechnungen an Sie direkt. Allerdings ist das nicht sonderlich ökologisch und wir haben schon vor einiger Zeit angekündigt, dass wir dort eine Lösung gefunden haben. Unsere Softwarehersteller Landwehr, oder jetzt dann Zwoof, hat ein Portal, wonach wir im Internet diese Lohnabrechnung zu jeder Zeit, von egal wo Sie sind, abrufen können. Sie erhalten diesbezüglich ein Schreiben von uns, wonach Sie mit Ihrer Personalnummer und Ihrem persönlichen Kennwort sich dort anmelden können. Wenn Sie dort Schwierigkeiten haben, oder das Passwort abgelaufen ist, oder Sie Unterstützung benötigen, rufen Sie uns gern hier in der Holding an. Wir unterstützen Sie. Das Energiegeld. Die Bundesregierung hat sich für 2022 aufgrund der politischen Lage und den Preisschock am allgemeinen Energiemarkt dazu entschlossen, jedem Arbeitnehmer ein Energiegeld von 300 Euro zu bezahlen. Bitte beachten Sie, das Energiegeld ist steuerpflichtig, aber sozialversicherungsfrei. Das Geld muss mit seinem persönlichen Steuersatz auf der Lohnabrechnung versteuert werden. Allerdings des Weiteren ist zu beachten, das Energiegeld bekommen Sie natürlich nur einmal, entweder in Ihrer Hauptbeschäftigung bei uns oder in einem Nebenjob woanders. Corona-Bonus 2022 im Vergleich zu 2020. Der Corona-Bonus 2020 hat schon zu erheblichen, wirklich zu erheblichen Missstimmungen innerhalb der Bevölkerung geführt. Auf der einen Seite hat Herr Spahn gesagt, es kriegen alle Pflegekräfte diesen Corona-Bonus. Dann war es allerdings nur die Krankenpflege, nicht die Altenpflege. Das war sehr, sehr schlecht. Nun hat die Regierung sich tatsächlich dazu durchgerungen, in 2022 einen Pflegebonus auszuloben. Nochmal einen Corona-Bonus. Interessanterweise nicht für die Pflegenden, sondern diesmal für die Altenpflege, aber nicht für die Krankenpflege. Die Krankenpflege bekommt es nur dann unter folgenden Voraussetzungen. Ich darf mal ganz kurz zitieren. Auf der einen Seite, wenn Sie am 30.06. mindestens mal drei Monate gearbeitet haben, mindestens allerdings Vollzeit, also sprich 35 Stunden Woche gearbeitet haben, mindestens allerdings auch nur dann, wenn Sie vom 1. November bis 30.06. durchgängig bei einem Kunden gearbeitet haben. Haben Sie das verstanden? Nun, wir haben es auch nicht verstanden. Und wir werden sowas auch nicht verstehen. Immer dann, wenn die Politik wirklich eine gute Idee hat, und das war eine gute Idee, kommen unsere Bürokraten und verändern das so, und machen das so kompliziert und so intransparent, dass keiner weiß, was zum Schluss tatsächlich dabei rauskommen soll. Wir haben uns bei der Pensummed-Gruppe dazu entschieden, diesen Irrsinn nicht mitzumachen. Es bekommt jeder von unseren Mitarbeitern, die beim Kunden eingesetzt werden, diese 550 Euro Corona-Bonus. Gestaffelt und jetzt kommt's nach der Arbeitszeit. Weil dieser Corona-Bonus hätte nicht für Mitarbeiter, die weniger als 35 Stunden arbeiten, ausgelobt werden sollen. Das halten wir allerdings für sehr fragwürdig. Mitarbeiter bekommen 550 Euro bei einer 35-Stunden-Woche. Sie bekommen bei 130 Stunden im Monat 423,06 Euro. Bei 108,33 Stunden 352,55 Euro. Das bedeutet, wir werden den Corona-Bonus Ihrer Arbeitszeit anpassen. Aber wir werden ihn auszahlen, und zwar konsequent. Und zwar so, wie es die Politik hätte machen sollen. Mein Name ist Michael Mensch von der Pensummed Holding GmbH.